Hallo und Willkommen zurück zu Villagers and Heroes. Ich bin der Dale und... Oh, ich bekomme einen Bonus. Wir sind jetzt hier in Adenstadt angekommen, am Ende der letzten Folge. Und wir geben erstmal hier unser Quest ab bei Munta. Strasse, Leute. Ja, Strasse, Leute. So. Das Siegel zu bringen. Ja, genau. Und wieder Erfahrung und... Wir haben ja was bekommen. Ein Beutel, ein Säckchen. Ah. Muss noch weiterreden. Äh, wie soll ich noch helfen? Wie komme ich an diese Orte? Ja. Okay. Geschenkbeutel. Doppelklicken zum Öffnen. Vollenergie und Gesundheitsanstieg. Das packen wir mal da runter. Haben wir eigentlich schon Level 6 jetzt? War das... Oh, war das... Oh, war das... Erfahrung. Ne, Stufe 5 noch. Weil der Ring war ja ab Stufe 6 erst. Und das war ab Stufe 5. Die Schuhe können wir doch noch, ne? Ah, das ist jetzt... Ah, aha. So, die können was. Feuerschutz, Eis, Schutz, Sprunghöhe. Ne, da sind wir in der Besser. Lass ich die doch an. So, oh, da ist der Donald. Wir fragen mal Donald, was er denn möchte. Der hat einen schönen Hut an, ne? Guckt mal. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bist du schon an einem Dorf gewesen? Dann kommt die Frage, wie bekomme ich ein Dorf? Das plane ich, ja. Wie kann ich denn aus? Okay. Schreinergesellschaft, Drehbänker. Hier sind die ganzen Werkzeugdinger wieder, ne? Drehbänker. Boah. Boah. Was ruckelt denn da jetzt? Cyprian, Amy. Und hier ist noch Linola, Stadtteleportierer. Und dahinten ist noch Eident. Okay. Wir fangen mal hier an, dies am nächsten. Guten Tag. Ja. Braust du Hilfe? Ja, dann teleportier mich doch dahin. Guten Tag. Ja. Äh. Da oben. Bogenschützen, ne? Das müsste hier sein. Oh. Oh. Was ist denn heute los? guten tag geht er weg der alte wolfie was ach mach's gut ich komme jetzt zurück auf die map gucken wo bin ich denn da bin ich ok da können wir runter gehen dann gehen wir auch da runter ui na kein schaden genommen oh da ist so ein ding raden statt entdeckt soo hier hinter dem haus war die doch da ist sie der alte ralfi ne das das haben wir schon erledigt das gelbe portal wo war denn das königshafen eichenthal elchwiesen königinnensee hm oh hör da auf der möchte speck oh hallo was gibt's ich weiß nicht ich weiß nicht mehr äh speck bringen ok speck haben wir aber noch nicht guten tag so ne ich schätze ja machen wir alles machen wir alles auf jeden fall da ist ein gelbes portal portal nach mein dorf zu diesem dorf gehen ja portal zu meinem dorf zu meinem dorf man 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 los lad 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 black killer statt testzone wer hat das denn so genannt da das so ja komm hundert Prozent dorf entdecker da hinten ist doch schon was Da ist die Darwin. Hallo, ich möchte ein Haus haben. Er hat gesagt, du könntest dir helfen, eine Hauslizenz zu bekommen, Mia. Ich habe eine Hauslizenz bekommen, ne? Oder? Jo, habe ich. Wie benutze ich eine Hauslizenz? Ja, genau, würde ich gerne wissen. Und dann... Einen leeren Platz finden mit Chill. Was kann ich ein Haus haben? Ein Dorf. Du kannst ein Dorf mit helfen. Okay. Was kann ich tun? Soll ich ein Haus besitze? Wie kommst du? Ein Lagerplatz, ein Garten, ein Gatter, wenn du die Tiere... Aha, aha, aha. Gut. Hier war ja noch Platz. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier ein Schild finden. Ja, vielleicht auf der Map. Hm. Ne, so nicht. Da gucken wir mal hier. So laufen wir rum. Da ist ein Bauplatz, oder? Ne, das ist hinten. Tierzucht, hm. Da wird angebaut. Boah, hier im Kreis wäre ja wunderschön, aber die sind alle schon vergeben. Toll, toll, toll. Dann laufen wir nach vorne mal weiter. Da oben ist ja auch noch was. Hier ist ein Bauplatz. Hast du die Miete für dein Haus? 1.000 Gold alle zwei Wochen. Habe ich so viel? Minis so Freunde sagen, ja klar. Rustikal, Jagdhütte, mehr kann man nicht. Ne, wir sind ja so eine alte Schrulle, so eine Hexe, ne? Im Vorausszahlen. Ja, sicher. Warum sollte das Schild denn da stehen jetzt? Wir gehen da mal rein, ne? Können wir nicht reingehen? Ach, das ist nur der Haustresor, okay. Ach, das ist ein Spieler. Gut, gut, gut. So. Streicheln, ja. Kriegen wir da was für, wenn wir streicheln? Hm. Können wir nochmal streicheln. Komm, komm. Hm. Da passiert wohl noch nichts. Na egal. Ah, hier kann man einbauen, ne? Samenhändler brauchen, okay. Der Samenhändler in der Dorfmitte, dann gehen wir doch da mal hin. Wenn wir jetzt schon ein Haus gemacht haben. Uh, da ist ein... Dingenskirchenpunkt hier. Ich glaub, da können wir direkt in unser Dorf reisen, immer. Rommel-Bommelshaus, ja toll. Der Samen... Aha, da ist er. Oh, hallo. Ah, wir haben 600, das reicht auch. Wir können aber nur Weizensamen und Kohlsamen, ne? Wir kaufen nochmal fünf. Und da auch. Fünf, nicht sechs. So, die Frage, jetzt filmen wir unser Haus dann auch wieder. Da ist eingetragen, ne? Dein Haus, okay. Das ist gut. Man kennt mich ja. Mein Freund, Risiko hat das Spiel verlassen. Ah, das ist schrecklich. Ich dachte, ich hätte schön in mein Haus auch reingehen können. Das finde ich ein bisschen doof jetzt. Dass man Haus haben kann, aber nicht reingehen kann. Achso. Zack. Und da noch einen hin. Ach, ich bekomme Vlies, wenn ich die Viecher streichle. Dann gibt es ja da doch was. So. Da noch was. Da noch was. Und da auch noch was. Und mehr haben wir schon nicht. Und ein Doppelklick. An Level 3, Geschenkbeutel. Seelenanstieg. Dann mal so. Achso, ne? Da sind die Flaschen, die sind aber nicht verkaufbar hier. Was ist das? Dumpfer Hauer. Komm, Stufe 4 können wir auch noch aufmachen, ne? Ein Turkel-Muffin. Ein was? Ne, der Muffinverlagt, die Aufrichtungsturkelei ist aus der Gutsmüteligen Kater. Stufe 5 können wir auch noch machen. Na ja. Sofort wieder Belebung. Stufe 6 haben wir ja noch nicht, ne? Da waren wir ja noch gar nicht. Doch, wir sind Stufe 6. Los. Zack. Stufe 7, den haben wir noch nicht. Dann können wir jetzt aber den Ring anlegen. So, das haben wir. Können wir die Eier? Hier, Sophie Zucht. Ne, leider nicht. Hm, ich dachte. Blaue Handschuhe. Ne, die sind besser, ne? Komm, ich streichel die nochmal. Kriegen wir noch ein viertes Vlies? Ne, kriegen wir noch nicht. Jetzt schläft er. Apfel-Mager nicht. Eier wird er auch nicht mögen, ne. Gut. Da kann man nicht rein ins Haus, ne? Ne, kann man nicht. Hm, wir können aber ein paar Sachen da abliefern, ne? Einen Apfel. Die Reiseruhen behalten wir mal den Pilz. Kann man ja nicht anpflanzen. Hm. Dann packen wir das ganze Zeug, was wir jetzt hier nicht brauchen, rein. Das hier will ich vielleicht verkaufen noch. Das will ich sowieso verkaufen. Und das andere immer mit. Dann gehen wir zurück zur Stadt. Ah, da gibt es für Hühnereier Rezepte. Okay, habe ich verstanden. Äh, wo ist der Ausgang? Der Samen nennt, da sind auch noch Typen. Was hat der denn? Magische Samen. Guten Tag! Ich habe ja nichts. Soll ich ihn da bringen? Okay, dann gehen wir erstmal zurück in die Stadt. Und gucken mal, dass die Viertelstunde auch schon wieder vorbei ist. Raus da. Los. Dann gehen wir noch zurück nach Adenstadt. Und dann würde ich sagen, ist die Folge für heute auch schon wieder vorbei. Und dann sehen wir uns hier einfach morgen wieder. Gut, bis dahin. Tschöö. Wir sehen uns hier. Tschöö! Untertitelung des ZDF, 2020